so auf geht's im großen finale hol dir die bestzeit mit larry so yo so O.O. Also. Gilles Delary, hm? Oh! Hey! Hey! Ich hab schon gedacht, ich hab gut verloren, hm? So! Juhu! Super Spaß mit Lery! Juhu! Ich meine, Lery steht doch auf wenigstens, aber ich weiß es nicht genau! Ich meine, da war mal immer Feuerwerk. Ich kann ja auch irgendwie... Ja. Ich kann ja auch irgendwie... Ich kann ja auch mal tun. Ich meine, der Punkt ist voll egal. Ich weiß ja auch nicht. Egal. So. Wir haben auch noch zu tun. Und zwar wieder... Einen neuen Report aufstellen. Oder... Zeitrennen. Vielleicht gerne zu beenden. So. Kommt schon, Lery! Zwei Minuten und Zwei und 75 Sekunden haben wir gebraucht für den ganzen Spaß. Und... Gucken, haben wir es geschafft. Nein. Keiner Rekord. Aber... Drei Sternchen. Und damit haben wir diese Tour beendet. Und... Luigi freut sich. Abgeschlossene Missionen. Treffer mit Panzern. Erhaltene große Sterne. Spielerlevel erhöht. Und... Fälle mit Gegnern. Und... Gewinne mit Lieblingsfahrer. JDIs. Tada. Matosin. JDIs. Liebe Leute. Das war's. Fast. Denn so schnell ist es nicht vorbei. Denn eine Challenge haben wir noch. In petto. Und zwar... Ist das... Die... Der kurze Prozess. Mit Luigi. Also... Freut euch drauf. Auf... Diese letzte... Challenge. Doch. Oder. Da. Enter. ua. Die ...